Du weißt, was ich getan habe, habe ich für euch getan. Wer ich geblieben, hätte sie uns alle umgebracht. Ich habe in 15 Jahren ein neues Leben aufgebaut, aber ich habe dich nie vergessen. Was hast du deinem Freund erzählt? Dass du ein Cousin von Mama bist. Sehr gut. Sag mal, was machst du denn heute Abend, Boris? Ich habe heute schon was vor. Die Geschichte mit deinem Vater war schon merkwürdig. Halt die Klappe, ja? Rosario spricht fast nie über seine Verweihung. Kinder sind mir lieber, wenn sie erwachsen sind. Ja, was weißt du von erwachsenen Kindern? Hast du mir was zu sagen? Ich habe etwas Geld für dich zur Seite gelegt, Diego. Nein, ich brauche nicht zur Seite. Freunde wissen, wie man sich benimmt und wenn nicht, dann kriegen sie einen Ast. Ich weiß, wer du bist. Mir werden morgen verschwinden. Verstanden? Wie Ego? Stehst du da rund weg ein? Wenn alles gut läuft, hast du ein ruhiges Leben. Solange ein... Ich bin jetzt, glaube ich.